Moin Moin meine Lieben und herzlich Willkommen zurück hier bei Human Fall Flat. Ja, es gibt eine weitere Runde und somit wünschen wir euch ganz ganz viel Spaß bei dieser Folge. Das Ende? Nein, wir sind noch nicht am Ende, guck mal. Nee, das Ende naht. Das Ende naht. Wir soffen hier. Was? Warum? Oh, das hört sich ja an wie Wolfsgeheule. Oh. Oh, oh. Sind wir in einer Horrorlandschaft? Ja, geil, oder? Oh, mega. Und gewittert. Oh mein Gott. Och, geil. Aber, ähm. Na gut, dann hauen wir jetzt mal die Kiste und hauen damit die Tür ein, oder? Da oben. Hier ist es. Hier kommen wir nicht weiter. Ich bin auch reingelassen. Was ist das Ding hier? Hat das einen Sinn hier? Äh, wo kommt ihr beide denn raus? Wir müssen doch mal gucken, was da so im Dunkeln ist. Ach so, ja, ja. Einmal im Dunkeln munkeln. Genau. Oder muss die Kiste in das Ding rein, in das schwarze Loch. Nee, warum? Da hochkomm ich nicht. Oh, da liegt ne Axt. Oh, da liegt ne Axt. Oh, da... Doch, siehste, die Axt müssen wir annehmen. Die brauchen wir. Ja, da kann mich mal jemand... Genau, ne Axt brauchen wir. Ja, warte. Es müsste wieder einer auf die Kiste und jemand anderen hoch... Ja, das wollte ich ja grad versuchen. Alex! Oh, die Tür einzuhauen, nein. Nein, das hab ich doch schon versucht. Aber nicht mit der Kiste. Doch, mit der Kiste. Was hast du schon gemacht? Mann, ey. Da wird ja nicht aufgepasst hier. Mann, oh. Echt? Nee, darfst du, ne? So, warte, warte. Ich glaub, das geht nicht. Das war alles gesagt. Ich komm, komm, es ist schwierig noch... Ja, eben, deswegen sag ich das nicht. Warte, warte. Ah, das geht nicht. Was ist das? Ich dachte, wenn ich die Kiste hochhebe, dann geht das auch. Geht das auch. Ne, da muss man wieder ein... Ich hab nie Idee, ich hab nie Idee, ich hab nie Idee, ich hab nie Idee. Oh, deine Ideen? Da zieht sich die nicht mehr drauf ein. Egal. Was passiert denn jetzt? Ah, ja doch, hier. Ja, hier ist so viel kürzer. Kürzer. Naja. Ach so, ja. Niedriger meinst du? Niedriger, ja. In der Kürze liegt die Würze. In der Kürze liegt die Würze hier. Ja, das sagen sie alle, ne? Ja. Alle mit dem Kurzen sagen das. Oh. 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 Mit der kurzen Nase. Hey, da hast du schon Erfahrungen gemacht in dem Bereich, oder wie? Eieieieiei. Wie mir das sagt. Ähm. Hä? Bisschen wenig mehr zurück. Ich seh nix. Genau, ja. Äh, stopp. Äh. Was treibt ihr beide da? Das sagt gar nichts. Ja, das ist zu weit weg. Äh, ja. Ne, wenn ich springe. Doch, wenn ich das fasse. Doch, mal stopp, stopp, stopp. Ah, genau. Geh doch. Was soll denn das Gewitter? Ja, und jetzt, jetzt hoch. Ja. Genau. Und jetzt hol dir die Axt. Hol dir die Axt. Äh, Moment. Ich weiß das auch gar nicht. Ne, Moment. Nein, hol die Axt. Hol bitte die Axt. Nimm bitte die Axt. Ich will mit der Axt spielen. Das macht mir Angst. Ja. Ja, schmeiß die runter. Damit kriegen wir nämlich bestimmt die Tür kaputt. Ja. Komm schon. Eben. Boah. 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 Alter. Jawohl. 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 Ne, ich glaub nicht nur ins Auge. Guck mal, der hat keine Muckis. Oh, ihr macht euren Scheiß da alle. Oh mein Gott. Oh, jetzt Lexi. Hier, Jason. Oh, weia. Lexi. 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 Ich hab meinen Verkussboden trennt. So, Jason. So, Jason. So, Jason. Oh mein Gott. Hehehe. Okay, vielleicht reicht das auch nicht. Aber ich hab keine Muckis. Jaja. Hehehe. Hehehe. Oh mein Gott. Hehehe. 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 Ja, nochmal. 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 Hehehe. Hehehe. Sag schon gut aus. Komm schon. Nimm dir die Axt. Hehehe. Sei die Axt. Hehehe. 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 Oh mein Gott, ich muss schon heulen. Alex macht jetzt das, was ich ursprünglich vorhatte, nämlich darüber klettern einfach. Oh, Alex ist weg. Kein Griff auf der anderen Seite, wo man die Tür aufmachen kann. Was, wo zieht die Tür auf? Ja, Alex ist ja jetzt drüben im... Ja, irgendwas passiert da aber gerade. Oh mein Gott, wie geil sieht das denn aus? Ja, ne? Oh, wie schön. Das sieht echt cool aus. Wow. Ach, wir müssen den Baum hier fällen. Was? Dafür brauchen wir die Axt? Ja, dafür brauchen wir die Axt. Ach du Highlander. Ich bringe sie mit, ich bin eh da unten wieder gelandet. Oh mein Gott. Da oben ist Elektrizität. Ja, wasser. Ich bin immer besser aus dem Dich hier. Oh, 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 jetzt komm. Alexi, ran an den Baum. Du musst jetzt abhacken, nicht... Ja, 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 ja. Ah, jetzt. Wuhu. Das geht ja weg. Ah! Dein Schädel hat ihn auch gefälscht. Guck mal, der Baum ist da. Ah, fett an, fett an. Aua, aua, wieder. Ah, 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 ah. Oh mein Gott, ey. Ja, und jetzt drüber laufen. Ich halt das Ding mal fest, ne? Ah! Genau deswegen. Alex, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Serving. Ihr dürft, ihr dürft. Ich hab ihn. durchfallen lassen, wenn du wohl. Oh. Nein, fallen lassen doch nicht. Egal. Aua. Ich komm jetzt alle hier an. Schnell aus dem Weg. Au. Ja, da müssen wir, ich glaub, da müssen wir wieder was reinpacken. Oh, Dampf, ja. Mit der Kohle. Ich hol mal, kann ich das Ding damit nehmen? Haben wir Kohle da? Ähm, nee, aber irgendwas muss hier rein. Da schmeckt ein Mann in der Tasche, ne? Da ist Kohle. Ist da Kohle? So, ist drin. Brennt. Aua, au. Was ist drin? Ja, ich hab's reingestellt. Ist drin und es brennt, hm. Aber das zweite Rüst ist noch nicht dran. Vielleicht kann Kaltenfang auch so an. Alex, ich hab's extra nicht aufgeschoben. Da ist ein Ambus. Das ist ihr alles Mist, ey. Ja. Äh, hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Es ist. Ein Schlüssel? Auch noch? Ach du, Heiland. Oh, gegrilltes oder geschmorter Clown. Auch cool. Oh, Flieserfarm. Und du kommst da nicht mehr raus. Boah, ich glaub schon. Nein, lass ihn doch drin, ja. Lass ihn doch drin. Lass ihn doch drin, auf die Leer. Hitzeschmoren. Ist egal, ob du den Schlüssel gießen, übrigens. Was, gießen? Ja, da hinten ist die Form. Hier. Das heißt, da muss irgendwas rein, das dann da oben wieder, ich weiß was. Ah. Oh nein, Lexi, komm aus dem Feuer raus. Ehrlich mal. Das ist heiß da unten. Oh. Dein Hintern qualmend. Ähm. Jetzt hoch oder runter? Dann los, geh schon. Irgendwas ist da rein. Ist da irgendwo Metall? Wo ist denn Alex? Ah, mach mal den Amboß da rein. Genau, schlepp den mal da rein. Der muss mal gießen. Der ist aber, glaube ich, zu schwer, oder? Der ist ein Hummel-Zwei-Mann. Ja, da müssen wir auch. Soll ich helfen? Ja. Gut. Der muss da oben rein. Ich komme. Ich packe ihn hier. Einmal anfassen, bitte. Oh, ich muss mal den Boden loslassen, sonst hilft er da. Hallo? Ähm. Leute, bitte. Mich auch loslassen? Ja, ja. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur angefasst. Ja, ja. Ich habe nur angefasst. Man muss sich in der Vorrein kommen. Mein Lexi heißt nicht anfassen, nur... ...schmelzen die Dinger rein. Äh, nee, nicht gucken. Nur anfassen. Nur anfassen. Genau. Hexen schmelzen nur. Brennen nicht. Ähm. Warte. Arme hoch, Arme hoch! Jetzt, jetzt! Oh nein, ein Stück Läpzzi mit drin. Oh nein! Hilfe, Hilfe! Hilfe! Oh nee, ne? Ähm, äh... Pinky, lass uns los! Ich habe ihn losgelassen! Warte, ich helfe dir mal. Äh, ja! Ja, nicht mich! Warte, oh nein! Oh nein! Ich sehe nichts mehr. Oh, ich hasse das. Oh man, es gibt so gar nicht. Ich, das Ding da nicht hoch. Ja, weg da! Äh, zieh mal. Aber irgendwie war der, der Druck schon mal besser. Ich glaube, ich muss die Rolle da noch anders hinlegen. Man hätte vielleicht zuerst den Amboss. Also, einer, einer müsste jetzt nochmal... Ich komme... Ich komme aus. Man hätte vielleicht zuerst den Amboss da rein tun, und dann erst das Feuer anmachen. Nee. Es ist noch eine Kohle, die nicht brennt. Komm, jetzt. Oh. Jetzt, jetzt geht's. Oh nein, nein, nein! Äh, 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 äh! Ja, zieh, zieh! Verdammt! Aber sie liegt noch auf! Okay, jetzt aber. Los! Ja, weg da! Nicht mich an den Ohren ziehen! Aua! Nein, Ohren! So geht sich aber mit uns um. Warum? Ich hab nicht gemacht. Ja, eben! Ja! Mit dir Bootcamp klauen. Doch, geht auch keine Ahnung von. Ja, genau. Geh mal da rein. Geh mal da rein. So! Was denn? Ich muss ein Feuer brammeln hier. Oh, 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 oh! Held mal bitte an! Ja, tschakachaka. Ah, kann ich. Ja, 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 ja! Komm schon! Einmal ins Loch! Ich einlochen kann ich auch nicht. Oh nein, Alex! Warum nicht? Alex! Mann, 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 Mann! Pack mal deinen Amboss da rein, Hopp! Dramatisch ist das. Dramatisch! Jetzt aber! Jetzt, jetzt, jetzt! Pinky weg! Oh, jetzt muss Pinky da raus! Ach du... Oh nein, nein! Ewe, 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 pass auf, der fällt wieder! Ja, jetzt! Jetzt, jetzt steckt... Passt doch. Schieb ihn rein, Alex! Schieb ihn rein! Los! Oh, oh, oh! Moment, lass schon einfach schmelzen. Das müsste jetzt gehen, oder? Nee, der muss, glaube ich, ganz rein, oder? Ja, ich glaube auch. Wenn wir nicht deine Treppe festhalten. Ich will ja nicht drüber nachdenken. Weil hier kommt nix... Hier kommt nix an! Ja, ja! Weiter, weiter! Oder? Wir müssen einen Tick ziehen von hier. Warum gibt es da eigentlich eine Lampe? Ich weiß nicht. Zum beleuchten vielleicht? Nein, nein, nicht da! Ich habe nix nicht, nicht, nicht! Ja, Hopp, das ist ein Fumma hier rein. Die mit der Lampe. Mach doch mal Platz! Nein, nein! Ah, wie soll der da reinpassen? Oh, ist das gruselig. Lass mal die Hand los. Ich leber die Hand als was anderes, oder? Ist das anders? Ja, warte. Jetzt! Es muss schräg rein, genau. Ja, nein, 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 nein! Ah, fast. Wahrscheinlich muss da nachher was ganz anderes reinkommen, dann gleich raus. Oder es muss nach unten. Nee, nach unten geht ja auch nicht. Noch ein bisschen. Hm. Ich zieh mich mal um hier, vielleicht kommt noch was anderes rein. Genau. Zumi, was machst du da hinten? Ich guck mir das mal hier an. Vielleicht kann man den an sie wegschieben oder so. Okay. Aber geht nicht. Kannst du vergessen. Nee, dahinter liegen Steine. Na toll. Ähm. Ähm. Ich bin hier gerade so mit dem Käfig hier so rum. Jetzt ist es aber drin. Habe ich da, habe ich da jetzt gerade irgendwas? Hallo? Was hast du gemacht, Sie? Ich bin, ich hänge hier am Käfig und da irgendwas. Warum machst du das? Weil das kann. Ja. Ich bin, ich bin, mal gucken. Mal gucken, wo ich jetzt hier. Wir haben zu wenig Druck, also. Ja, da hinten ist ja noch so eine Kohle-Dingsbums, äh, ja. Ja, da ist aber nichts drin. So schmeiß ich noch mal die Lampe rein, vielleicht explodiert. Nee, da ist auch nichts drin. Ah, ich habe ein Stück Kohle hier. Lamp ist drin? Explodiert nicht. Oh, hier sind sogar ganz viele Kohlen. Wo bist du? Es hat gespeichert. Nee, kann die sein. Doch, es hat gespeichert. Ja, aber wir haben die Schlüssel noch nicht. Ja, das kommt ja wahrscheinlich noch, ich bin hier, es sind ja die Kohlen. Und da ist ein, da ist wieder ein Katapult. Ist das ein Katapult? Nee. Oh nein, jetzt müssen wir wieder schaukeln. Ach so, da müssen wir die Kohlen dann später dann rein. Ah. Moment, wir müssen hier. Ach so, das Ding muss ab. Ah, Moment, nee, das sind Steine, oder? Sind das Steine oder Kohlen? Also nicht. Auf jeden Fall müssen die hier drauf. Wo seid ihr denn jetzt? Also ich bin hier unten. Also hier irgendwie. Aua. Ach, da rein muss das. Moment. Ach so, jetzt komme ich zu dir. Ja, genau. Ich muss mich einfach f***en. Ja, genau. Ah. Warte mal, ich lasse. Dann kommt alle hier rüber. So, die Kohlen hier. Steine, das sind Steine. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, die holen. Hui. Und hier hinten reinschmeißen. Okay. Au, aua, Lexi, Lexi, benutzt du mich, Mensch? Oh, oh, Hilfe. Ähm. Jawohl. Da kam ein Stein von oben. Weg da. Hey. Ich habe einen, habe ich daneben geworfen. Aber, oh. Jetzt kommt das. Oh. So geht's auch. Ja, genau. Oh, 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 oh. Hier heult die ganze Zeit etwas. Wuhu. Was können wir? Da ist ein Deckel aufgegangen dadurch. Ihr könnt da schon reinbringen. Ja, klar, das war ja Sinn der Sache mit dem Deckel. Aber, äh. Ja, das war der Plan. Ja, aber jetzt haben wir die Kohle hier drin liegen. Und jetzt? Ne, das sind ja Steine. Und jetzt kann man hier durchfallen. Sommi, das war nur ein Gewicht. Ach schon. Und hier kann man dann was. Ich mag da aber nicht ins Loch. Ja, natürlich. Ich bin ja schon wieder am Klettern. Das sieht gefährlich aus. Und so sehr, sehr tief. Oh, es ist 12 Uhr, aber schuldig fest. Und jetzt? Jetzt gehen wir mal. Auf die Tanne? Und von der Tanne? Ah, nein. Abgeschmiert. Aber jetzt hat es doch nichts mehr mit dem Schlüssel zu tun, oder? Ja, das kommt vielleicht noch. Uah! Ah, ah, ah. Hm. Jetzt, ne, dann lasse ich wieder da hoch. Was ist das? Hallos. Hallo. Du musst nur auf diese schräge Tanne. Das ist ein bisschen krass. Ja, ist. Ja. Oh, ich hab... Entschuldigung. Ah! Was passiert? Ähm... Nun? Ja, auf die Tanne. Und dann links ums Eck. Links ums Eck. Ah! Oh, okay. Ouch. Oh. So, ja, links ums Eck. Oh, nein. Ei, 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 ei. Ähm. Ui! Hey, bist du sehr schön, netter Position. Hätte ja klappen können. Ja, stimmt. Ofen, der ganz oben könnte. Ey, da geht's ja nochmal höher. Ähm, egal. Oh mein Gott. Äh, nein. Und guckt euch mal den Himmel an, wie dunkel der ist. Ich hab Angst. Scheiße, jetzt komm ich hin. Jetzt häng ich hier und jetzt. Guten Tag. Nein, Dr. Ring. Oh, Mann. Oh nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Ich auch. Ich auch. Oh Mann. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Wieder ab, als ich noch. Haua. Ich roll immer runter. Ich auch. Was ist denn das denn? Da oben. Boah, das ist gruselig mit dem Wolf. Alter. Ich hör den ja. Ehrlich nicht? Du meinst den höheren Wolf. Äh, den. Den höheren Wolf. Den höheren Wolf. Höheren. Ich hab den. Ja, der jault immer. Ja, 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 das stimmt. Das ist gar nicht bestätigt. So, das muss ich. Das ist der Wehrwolf. Der will uns gleich fressen. Nein. Verdammt, Herr. Ich hab nämlich noch eine Idee. Okay. Mach du. Mach du. Wir stehen dann in der Zeit immer in der Schlange, um uns fallen zu lassen. Ich hab nämlich Kohlen. Aber hier oben, da kann man doch auch, oder? Ja, das ist, ja, aber da kommt, da kommt man, ja, eben. Ich will das mit den Kohlen machen. Ja, mach du das mit den Kohlen. Stehen wir hier Schlange? Ja. Okay. Pass auf, Sumi schubst dich im Wolf. Es ist ein Mann. Ja, Mann. Das würde ich nie machen. Ja, aber wozu bin ich hier jetzt hochgekleidet? Du musst jetzt auf die Baumspitze raus? Warte, auf die Baumspitze raus? Ah, hier sind die reiche. Oh nein. Das war zu weit. Auf die Baumkuchenspitzen. Verdammt, ich glaub, das geht sogar nicht. Äh, Hilfe. Nein, lass mich los. Lass mich los. Ja, ja, ich lass dich los. Lass los. Ach so, toll. Ah, oh, oh, ich bin gut. Noch geschafft. Ich will jetzt den Amboss schmelzen. Ja. Aber das, man muss doch da irgendwie rum. Ja, ja, ja. Fuck. Du hättest dich nur noch festhalten müssen. Oh mein Gott. Das ging ja nicht. Oh mein Gott. Oh nein. Oh. Ah, da ist Alex. Hättest du mal grad den Stein da noch? Nein, wer hat festhalten? Wahrscheinlich machen wir hier alles, was wir gar nicht brauchen. Bestimmt. So, und dann ist, äh, ja. Das sind aber keine Kro... Komm ich jetzt irgendwie an dem... Oh. An den Wagen wieder frei machen. Ja, das mach ich ja. Oh. Ey, Sumi. Sumi, Sumi. Warte, warte, warte. Komm, komm. Komm. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich hab da jemanden fallen gesehen. Warte, ich helfe dich. Warte, warte, warte. Kannst du dich noch ein bisschen... Kannst du noch ein bisschen hören? Warte, jetzt. Oh ja, ja. Ja, alles. Ja, ja, ja. Du kannst mein Ohr wieder loslassen. Ich hab deine Nase angefasst, nicht dein Ohr. Ach so. Fühlte sich an. Nase nennt man das jetzt. Ja, aber dann ist jetzt die Nase. Ah nee, oh man, nee. Ich bin doch heute... Alexi, lass los von einer Seite. Ich will doch schieben. Wieso, was machst du denn? So. Ich will doch schieben. So. Eigentlich. Ach, und da sind die Kohlen. Okay, die können wir jetzt wohin. Den müssen wir jetzt da raus holen. Kohlen zum Verkohlen. Eps, mach hier. Und jetzt? Vielleicht müssen wir die anderen auch da reinschmeißen. Ach, Mann. Die müssen in den Kessel, das war jetzt. Ja, darum sag ich ja. Wir müssen die anderen da reinschmeißen. Das macht mir jetzt Summi hier. Na, ich guck euch zu. Ich komme ja nicht hoch. Schmeiß mal runter die Kohlen. Okay. So, jetzt komm ich hier wieder durch, ne? Ja. Dann schmelzen wir jetzt mal den Arm. Und jetzt? Ähm, ich wollte ihn eigentlich mitnehmen. Ich glaube, das ist unnütz, dass wir hier sind. Sie? Kommst du auch? Wo bist du? Äh, ich bin schon weg. Ach so. Und ich stehe jetzt von oben. Noch eine Kohle? Ja. Und dann schmelzen wir das Ding mal. Ups. Äh. So. Nicht den Stein da reinpacken. Doch. Nein. Das ist der Platz für die Kohlen. So, und jetzt? Mehr Kohlen gab's ja eh nicht. Ne. Wo habt ihr die den gefunden? Im Bergwerk. Komischerweise doch da, wo ich nicht vorbeikam mit dem, wo ich schieben wollte. Ehrlich? Boah. Das ging ja auch nicht, weil wir erst die Steine wegräumen. Ich muss das, sehr genau, da muss das rechts rum. Aber trotzdem schmelzt er nicht. Hm, nö. Noch nicht. Hm. Vielleicht ist es auch nicht das Richtige. Ja, sonst ist ja nichts da. Ja. Vielleicht muss mir doch den Klauen. Steine hätten da reinschmeißen müssen. Wir hätten doch den Klauen verbrennen sollen. Denke ich auch. Lass uns den Klauen verbrennen. Warte mal. Dann müssen wir das Ding da umdrehen. Moment mal. Ach so, das ist jetzt Schluss. Ja, den Hund können wir nicht verbrennen. Das stinkt so, wenn das Fell anfängt. Oh. Dann lieber einen Klauen. Oh, Summi. Ja? Guck mal, was der macht. Oh. Oh. Ey. Das ist halt so eine Haut und Knochen. Ja, eben. Knochen brennen nämlich sehr gut, ohne dass es stinkt. Äh. Oh mein Gott, mir ist so warm. Schön. Oder wir mussten wirklich Steine da reinschmeißen, dann ist das vielleicht Eisen. Oder so. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass das Eisen ist in Wirklichkeit. Ja, aber wofür lag der Amboss da? Ja, eben. Das ist auch wieder die Frage. Ja, ist natürlich auch ganz komisch. Oder der Amboss lag da damit. Zur Irreführung. Damit der, ja, nee, damit der Schutze darauf wie auskühlen kann oder so. Oder wir hätten da vielleicht noch mit dem Hammer nochmal. Aber ich sehe hier keinen Hammer. Genau, hier gibt es keinen Hammer. Oder gibt es, hier ist doch noch ein Kohlestück. Wo? Das sieht jetzt nicht so aus. Nein, das ist kein Stein, das ist keine Kohle. Mann, eh. Woher wisst ihr, da steht das dran? Das sieht man doch, das ist doch viel heller. Das sieht man doch. Das ist so nicht schwarz. Das ist weiß Kohle. Oh mein Gott. Das ist schon gewaschene Kohle. Kann man denn da lang gehen? Ey, Scheiße. Mein Gott, komm ich da hier nicht hoch? Ich bin es rum. Warum machst du das denn? Ich weiß es doch nicht. Siehst du? So, und jetzt? Ach, dann komm mal einmal hier rum. Sehr schön. Na toll. Ja, da bin ich ja, da bin ich ja so rein. Au. Alex, das hat mir getan. Ja, Mann. Ich bin kein Kissen. Aber jemand helfen den Ambos? Weiß ja nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber eben. Ey, weißt du, was das Beste ist? Dahinter ist noch eine Brücke, die nicht funktioniert. Oh. Dahinter im Tor. Dahinter im Tor. Selbst wenn wir die Schlüsse geschmolzen haben. Ja gut. Ich bin da gerade drübergebackt. Bis wegen. Den kriegen wir dann nie wieder raus. Durch dich. Hui. Ich will nicht neu starten. Ich bin da nicht gerade drübergebackt. Oh, warte mal. Hier kann man... Warte mal. Ich brauche hier mal... Ich brauche hier mal... Nur mal Hilfe. Nur mal einen Schnups. Kann ich ihn nämlich hoch. Und Schnups. Also es hängt sicher... Oder es klettert an mir hoch. Ja, es klettert an mir hoch. Klettert an mir hoch. Sieht irgendwie anders aus. Hier und Schnupsen. Hey, nimm da dein Nasen da weg. Nochmal, nochmal. Ich steck für dich schon geklaut. Komm, ich will nochmal. Oh. Ja, aber der Ambos passt aber eins zu eins da rein. Ja. Aber du hast doch... Vielleicht ist er ja auch noch nicht richtig drin. Ähm. Du packst ihn am Arsch. Hallo? Wenn er dein einziges Problem ist. Wenn ich da misch springen, dann packt er im Arsch. Ja, super. Ich will das sehen, wie der Schlüssel sitzt. Aber weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Da kannst du, glaube ich, draufstehen. Und dann könnte man hier rüber. Dann könnte man auch so rüber. Hä? Ich lass mal überlegen. So. Ja, genau. Und rüber. Und gucken, ob das safe. Ja. Oha. Ja, und ich... Er saved. Er saved. Aua, aua. Ohne Schlüssel. Ohne Schlüssel. So, meine Lieben. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Schaut mal bei den anderen vorbei. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.